Dank der Leier! Na komm, geh mal dann! Steig mal rauf! Drauf gehts leichter als runter. Und jetzt wirds ganz schwierig, oder? Traust dich? Nein, nicht so hoch! Du musst dich trauen! Na warte! Mein Apfel kann nicht platzen! Gib mir einen Apfel her! Trau dich! Mit einem Fuß nach vorne steigen! Ganz nach vorne! Na komm, ich helf dir! Jetzt habe ich einen Apfel in der Hand, ich kann dir nicht helfen! Ich will den Apfel nicht haben! Ich lege ihn da her! So, bitteschön! Trau dich! Ja, super! Und jetzt gehts schon! Okay, komm, geh mal weiter! Na, nimm den Apfel jetzt! So, geh mal! Ja, andere Seite zurück! Super! Ja, andere Seite zurück! Toll, geschafft! Und jetzt kommen die... Die Reifen kommen auch noch dran! Wie geht denn das? Geschafft! Rao, komm! Gehen wir weiter! Da vorne nehme ich dann noch etwas! Hier da vorne! Nein! Na warte, dann helfe ich dir gleich! Wie geht's? Komm, komm, komm! Ja! Ja! Wie geht's? Ja! Komm, ich komm, aber... Wow! Feuer! Wow! Das ist gut! Schau mir ein bisschen an! Juhuuu! Stopp! Stopp! Ich muss nicht tanzen! So, dann mal wieder an! Buh-Buh-Buh-Buh! Mach's eh nix aus, wenn ich ein kleines Video wache! Bitte? Mach's eh nix aus, wenn ich ein kleines Video wache! Ja, kein Problem! Super, möchtest du das jemandem zeigen? Der wohnt am anderen Ende der Welt! Ziemlich schön, oder? Ziemlich? Ja, ein bisschen weniger! Ein bisschen schauen, wessen schmeckt's sofort! Hast du den Getriebe? Ja! Schmeckt's? Mhm! Höhep! Ja, oder? Schuss! 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 Ziemlich! Schuss! 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 Moment, ich verliere dich. Komm, du zeigst mir deine Schule. Ja, bist du da von? Ja, bist du da von? Ja, da hinten ist nämlich auch noch was. Aber was ist denn da hinten? Hinten sind auch noch Klassen. Ach so? Ja. Na gut, gehen wir weiter. Wir machen einen riesigen Gartenhaus. Ein Gartenhaus da hinten? Schau hier, das kenn ich gar nicht. Komm, gehen wir weiter. Geht's bei mir zu gehen? Habe ich ein Hindernis hinter mir? Oder vor mir? Was? Habe ich ein Hindernis da hinten? Nein. Okay. Na komm, gehen wir weiter jetzt nochmal. Kannst du nochmal gehen jetzt? Ja? Kannst du mich gießen, wenn du gehst? Ja, geh mal. Ich geh wohin du willst. Dann nehme ich von meinem alten Kindergarten vorbeischauen. So, na das machen wir auch gerade. Das machen wir. Ja, das ist eh kwein. Das ist eh kwein. Hier. Schau mal alles an in Ruhe. Manchmal kann man deinen Hasen nicht essen. Mhm. Kannst du auch fressen? Na, koste einmal. Ich habe jetzt beide Hände besetzt. Ich kann mich nicht rühren. засchenbe. Ich kann mich vomuchen. Weil ihr dort nichts aussieht, dass ich jetzt gernear und Dankeschön.